Mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das konnten die Teilnehmer der Themenführung im Landestheater Tübingen gestern. Dabei hatten sie nicht nur Backstage-Einblicke in die Ankleidezimmer der Schauspieler, durften ihre Kostüme oder die zahlreichen Schminkutensilien aus nächster Nähe betrachten. Der Themenführer zeigte auch die Nähwerkstatt und die verschiedenen Requisiten der aktuellen Produktionen und gab einiges an Hintergrundwissen preis. Die Tübinger Themenführungen sind Veranstaltungen des Bürger- und Verkehrsvereins Tübingen.